Hallo, herzlich willkommen in Runde 38, Ice Ice Baby. Dieses Mal sollen wir die armen Tierchen jetzt auch noch von dem Ace befreien. Gut, dann probieren wir das Ganze mal. Wir schießen einmal drauf. Hier haben wir auch noch einen, komm. Müssen wir den ganzen erst mal hier frei räumen, oder was? Da haben wir einen Frosch. Da haben wir einen Arten. Hier können wir schon mal anfangen zum Befreien. Ja, es kommen leider noch mehr. Deswegen sollten wir hier noch ein bisschen die ganze Zeit frei räumen. Da können wir den Panda nehmen. Hier ist die Frosch vielleicht noch Frosch. Und es kommen weitere hier mit Frierungen. Bin ich mal gespannt, ob uns das gelangt. Da ist noch ein Affe. So. Gut. Hat geklappt. 275.500 Punkte. Und damit auf in die nächste Runde. Bis gleich.